Boah, schick! Digga, du bist echt fit geworden. Oh mein Gott. Oh. Kamadera bis hierhin geschifft und ganz ehrlich. Vielen Dank. Rücken ist auf jeden Fall am Arsch. Du weißt, was wir heute drehen, ne? Weil es wird super oberflächlich. Nee, ich weiß es. Ah! Mit diesem Video habe ich mich damals super krass unbeliebt gemacht. Ich wusste es. Heute spielen wir nämlich Who's Hotta und ich würde den Spieß einfach mal umdrehen und sagen, wir suchen dir heute mal eine... Ach nee. Maschallam. Ach ja, ganz kurz. Ich habe mir einfach diese Kette mal weggesneakt hier von Maxi. Ich habe mir eine neue gekauft. Ich habe gerade erfahren, die hat 300 Euro gekostet. Ja. Ich bin reich. Das ist wirklich 10 Euro H&M. Billigding. Nee. Bist du von Gucci? Ja. Aber. Krass. Und du hast mir die geschenkt? Ja. Echt? Ist really? Ja, er kann sie wirklich haben. Ich weiß nicht, mit zweien. Nicht, dass du irgendwann später wieder ankommst und sagst, guck mal war ich noch damals vor 10 Jahren. Wenn sie vielleicht 3.000 wert ist, komm ich wieder. Irgendwie, weiß nicht, bist du pleite gegangen so? Wahrscheinlich steuermäßig bisher. Nee, ich bin gut. Ach so. Okay, gut. Madeira. Ja, stimmt. Weg vom Reichtum, rein in die Olga. Bist du bereit? Ich bin absolut bereit, ja. Wir kriegen jetzt immer wieder mal so ein paar Mädels hier, die Thomas vorgeschlagen hat, die sich alle in Deutschland befinden und dann sollen wir einfach mal so rein objektiv, ne objektiv ist es nicht, ne aber rein oberflächlich einfach mal bewerten. Wir können auch alles sagen, weil das allerstimmste wird natürlich rausgeschnitten, genau richtig. Kennst du sie hier? Nee, kenn ich nicht. Sagt dir Sunnyloops etwas? Doch, ich glaube schon. Ist das nicht die Freundin von Marcel Scorpion? Genau, und deswegen du hast deine Finger von ihr lassen. Habe ich dir schon sehr oft gesagt. Ich finde sie hübsch. Sie ist eine sehr hübsche Frau, ja. Ja. Ah, kennst du sie hier? Nee. Kennst du überhaupt jemanden? Nee. Ich würde aber sagen, das ist so dein Typ. Weil sie auf einer Insel lebt. Ist das Madeira? Das ist Madeira, oder? Ist das Madeira? Ich glaube schon. Also palmenmäßig. Aber sie ist so, weil sie so oft cute und du bist auch cute und cute cute. Aber super hässliche Kinder dann. Ja, aber ist nicht schlimm. Wenn ihr 18 sind, kann man operieren. Müssen wir jetzt entscheiden, welche von den beiden wir schöner finden? Genau. Sag du zuerst. Ich sag zuerst. Ich würde sagen, Sunnyloops würde eine Runde weitergehen. Weil sie einfach eine viel erwachsenere und reifere Frau ist. Sunnyloops eine Runde weiter. Außer du sagst anders. Nee, ich sag auch Sunnyloops actually. Ja? Ja. Achso, komisch. Wir hatten dieselbe Meinung. Du sagst mir natürlich den Namen. Genau. Wieso kenne ich eigentlich kein Girl? Hä, warum kenne ich alle? Du bist halt einfach einsam. Kann das sein? Ja. Das ist die Jenny. Ja. Auch Cosplayerin, auch Livestream mäßig unterwegs auf Twitch. Jenny ist auch vergeben. Ich glaub alle Mädels sind vergeben hier. Deswegen machst du einfach das Video noch schlimmer und kritischer. So optisch könnte ich mir euch beide vorstellen. Ach ja, die suchen ja für mich was. Genau. Scheiße vergessen. Ja, okay. Findest du sie scheiße? Nein, das hab ich nicht gesagt. Ja. Ja, die findest du süß? Ich find sie süß. Ja, süß hast du. Kannst nicht alle haben, ne? Stimmt. So Haare mäßig, da machen wir später noch ein anderes Video zu. Ich glaub ich nehm sie eher. Ja? Ja, Jenny? Ja, ja. What the fuck, die hat nen Freund, Digga. Okay, okay. Die kenn ich. Die kennste ja. Mit ihr hast du schon öfter was gemacht. Ja. Sie ist ein Urgestein auf YouTube. Also super lange schon dabei. Ja. Aber dafür auch super alt. Die ist nämlich schon 40. Nein. Doch. Echt? Ja, die ist 40. Niemals. Die ist über 40. Kelly ist echt top. Ja? Ich find sie attraktiv so vom Aussehen. Du bleibst bei Kelly? Ich bleib bei Kelly. Willst du sie gerade anschreiben oder was? Nein. Ich muss dann ganz kurz mein Handy checken. Kelly. Maxi steht auf dich. Das hab ich nicht. Was? Okay, mach weiter. Komm. Ich muss ehrlich sagen, ich finde Kelly ein bisschen cuter, ne? Ja? Du bist ein cuter? Ja. Du magst nicht so... Ich mag dieses cuter Weißer. Okay. Worauf achtest du am ehesten? Ich achte zuerst irgendwie erstmal auf die Haare irgendwie. Weiß nicht warum. Dann auf die Augen. Was ich persönlich sehr mag, sind blaue Augen. Aber sie hat so ein bisschen so Reptilienaugen, oder? Also die Pupille ist so ein bisschen länglicher. Ist sie ein Reptiloid, meinst du? Reptiloid? Kennst du es nicht? Nee, kenn ich nicht. Nein, kenn ich nicht. Okay, krass. Komm in die Telegram-Gruppe. Ich guck tatsächlich wirklich zuallererst immer auf Personality, weil ich so oberflächlich bin als du. Na ja. So, Kelly ist ne Runde weiter. Ich mag blonde Haare. Du magst blonde Haare? Ich muss ganz kurz einmal kurz Instagram-Check machen. Mhm, auf TikTok unterwegs. Ja, sorry, die kannst du nicht haben. Wieso? Na so. Findest du sie süß? Ich finde sie echt sehr süß in das Oberteil halt auch. Das ist glaube ich Französisch, was da steht. Je suis très adorable. Das heißt glaube ich sowas wie, ich bin sehr süß. Ja. Wie anders? I am adorable. Adorable heißt auf Englisch. Ja. Ja irgendwie, weiß ich nicht. Kann kein Englisch. Passt ganz gut zu dir, oder? Passt schon. Kann ich nochmal ein Bild von Kelly zum Vergleich sehen nochmal? Mhm. Sie ist 40 halt, ne? Ja, egal. Auf alten Schiffen lernt man das Segen. Mein Gehör. Das hat Simon dir gesagt, bevor wir dich ausgezogen hatten danach. Ich bin ein bisschen schon fast. Okay, wir gucken weiter. Maluna. Ich mag Maluna sehr. Ja? Magst du die sehr? Ja, also jetzt nicht so sehr. Also nicht so gut. Wie gut? Wir haben ein paar Mal Valorant gespielt. Valorant? Sie hat mir ihre Ares gezeigt. Ihre Ares, Digga. Ja. Wir hatten Spaß. Ich habe auch noch einige Ares gesehen. Also Maluna ist ein Crush. Boah, ich würde euch so crushen, weil ich bin 14 Jahre und crusche Leute. Der Klassiker. Ich weiß nicht. Sie ist zu jung, ne? Ja, sie ist zwölf. Nein. Warte, was? Maluna ist zwölf. Nee, sie war 13. 13 war sie? Ja, sie mag halt Animes. Das weiß ich. Mag Kelly Animes. Eigentlich müsste ich oberflächlich darauf achten, ne? Genau. Das Aussehen eigentlich nur. Aber ich will halt irgendwie Charakter. Sorry. Ja, mach ruhig, ne? Bei mir ist halt Charakter auch wichtig. Ja. Ich weiß bei dir nicht ganz so. Das Problem ist, ich kenn Kelly persönlich halt nicht. Ich weiß nicht, wie sie drauf ist, was sie mag und so, das weiß ich nicht. Bei Maluna weiß ich das schon. Sie mag halt Animes. Das ist voll der krasse Charakterzug von ihr. Safe. Was sind so deine Charakterstärken? Ja, ich guck Animes. Okay, okay, scheiße. Okay, Maluna sieht da, äh, schlimmert hier als Gewinnerin hervor. Mrs. Bella. Kennt man die? Ich mag halt blonde Haare und blaue Augen. Oh ja, stimmt. Aber sie mag dich nicht. Das ist safe. Wirklich schöne Frau, kann aber nichts sagen. Ja, sie ist wirklich sehr schön. Sie ist sehr schön, ja. Seht ihr Leute, wir sind auch nicht nur oberflächlich, sondern doch, wir sind oberflächlich. Ja, eigentlich schon. Doch, wir sind oberflächlich. Miss Bella, aber Maluna geht weiter oder Miss Bella? Du entscheidest. Miss Bella, wenn wir nur vom Optischen gehen. So oberflächlich bist du, okay. Bibis Beauty Palace? Nee. Nee, warum? Weiß nicht. Digga, die ist reich. Ach ja, stimmt. Also Bibi weiter? Nee, nee, nee. Okay, Miss Bella geht weiter. Okay, ich möchte den Namen jetzt nicht aussprechen, dann habe ich das Gefühl, ich mache es falsch. Eine Vietnamesin, die in Deutschland und in Korea lebt. Südkorea. Ist das vielleicht was für dich? Ähm. Ja. Ich glaube jede ist was für dich, oder? Ja, ich bin da nicht mehr wählerisch. Ich bin zu alt. Ich muss echt hinne machen. Ich sage... Mrs. Bella. Bella, ja. Es ist halt die Haare und Augen und... Ja. Und du bist auch ein bisschen... Racist wahrscheinlich auch. Nullmann sein. Nee, klar. Nee, ich mag dich ja auch. Ist stimmt. Gut rausgeredet. So. Barbara-Sophie. Barbara-Sophie. Magst du lockige Haare? Ja. Soll ich mir lockige Haare machen? Bitte. Ich mit Locken? Ich würde nicht mehr. Ich sehe aus wie so ein selbstverliebter Metro-S***er oder TikToker bestimmt danach, der dann so macht. Mach du mal. Oh mein Gott. Ja, komm, hör auf. Nee. Wie ist das Cringe? Ja. Ja, okay, aber du stehst auf Mrs. Bella. Ah, sie kennst du hier. Richtig. Das ist hungriger Hugo. Ah. Ich muss noch mal anmerken... Dass du auf Tattoo stehst hier, ne? Was steht denn da überhaupt? Angel. Angel schreiben wir noch anders, oder? Nee. Angel oder Angel? L-E am Ende? E-L, oder? Nee, nicht Angel-E. A. Das ist Engel dann. Wir haben beide Abitur. Ich habe studiert. Sieben Jahre Astrophysik. So alt bist du gar nicht. Astrophysik wahrscheinlich. Kann ich noch mal ein Bild von Miss Bella sehen? Ganz kurz zum Vergleich. Miss Bella. Julia Beautix. Klar, dass sie da auch dabei sein muss. Sie hat diese Süße, ne? Ja? Finde ich mega, ja. Boah, du und Julia Beautix, ey. Das wär... Wär toll, aber du willst nicht sein. Nee, wird nicht passieren. Das kann ich dir schon sagen, ja. Nee, das bin ich mir auch sicher. Warum? Weil Julia Beautix an sich so voll badass-check ist. Die nimmt so viel Druck teilweise. Die ist immer, wenn die da ist, ist sie betrunken. Die steigt lieber auf die Harley-Davidson und dann geht die so in ihren Rocker-Cafes rein. Und dann prügelt es sich da so, das passt nicht so ganz zu dir. Stimmt. Aber Julia Beautix trotzdem optisch gesehen? 10 von 10, ja. Sind alle. Bis jetzt alle sind 10 von 10, liebe Freunde. Ja. Wir sind solche Romantiker und solche Lügner. Also, Miss Bella geht noch weiter? Oder Julia Beautix? Sie sieht halt echt super schön aus, aber... Sagen Sie. Das würde zu uns beiden gar nicht passen, glaube ich. Ich glaube, wenn jemand sie neben mir sehen würde, würde man denken, sie ist meine Mutter, glaube ich. Okay, das ist eine Beleidigung. Nein, nein, nein. Und bei Julia Beautix ist deine Tochter einfach so. Sie ist weiter. Julia Beautix ist weiter. Ohhhh. Das, sie ist richtig bad as chick. Weißt du, was ich auch süß finde? Wenn man so braune Haare hat und dann vorne so... Ja? Mhm. Hast du was mit ihr? Was? Nein. Stehst du auf sie? Was? Wie kommst du darauf? Ja, weil du dich so weird verhältst gerade. Also, das ist normales Verhalten. Ich würde nicht sagen, dass ich auf sie stehe oder so. Easy. Wir machen kurz ein Video aus. Erzählst du mir alles. Also, euch würde ich sehen. Würdest du? Ja, weil du hast auch so Haare... Ach, deswegen hast du deine Haare gefärbt, ne? Natürlich. Sie hat weiß, du hast weiß. Nadine. TikTokerin. Weißt du ja eh. 13 Jahre erst, ne? Aber weißt ja auch eh. Was? Sie ist 23. Was weißt du noch über sie? Gar nichts. Ja, habt ihr euch schon mal gesehen? Nee. Würdest du sie gerne mal sehen? Natürlich. Das ist so inangenehm. Ich bin ein Wingman. Ja, okay, danke. Kein Guter. Ich danke dir. Ja? Ja, okay. Dagi. Dagi ist ja so eine so hübsche. Mom. Mom? Ist jemand? Ja, nächstes Mal. Du kennst niemanden, ne? Nee. Du kennst nur Ume und Madeira. Außer die eine. Und Nadine. Okay, Nadine ist weiter. Ich glaub, wir können das Video beenden. Ich kenn wirklich fast niemanden. Bonnie Trash. Warum kenn ich niemanden? Aber ich glaub, ich könnte ein echt guter Freund so sein. Weil ich einfach keinen Kontakt zu anderen Mädchen oder so habe. Ich bin nicht so wie du, der so wie... Dies heißt, die schreib ich an. Dies heißt, die schreib ich auch an. Ja, so ist das ja nicht. Doch. Bonnie Trash. Nee. Weil Nadine. Ich versteh schon. Das hab ich jetzt nicht gesagt. Wir sind sehr oberflächlich weiß. Es tut weh, oberflächlich zu sein. Es tut voll weh. Aber es tut auch ein bisschen gut, oder? Leute nehmen das mit Humor. Hoffentlich. Auf dich aufzuregen. Bitte. Nicht aufregen. Regina? Kenn... Warte mal. Kenn ich... Glaub ich... Du kennst... Hat sie mit Montemar gespielt gehabt? Ja. Dann kenn ich sie. Also ich finde Nadine passt von optischen auch eher zu mir, oder? Ja, aber... Also ich achte gar nicht darauf so... Optische... Ach... Okay. Achtest du oft darauf, wie ihr optisch zueinander passen würdet? Also macht man ja teilweise auch... Ja, auch von Sternenzeichen halt, ja. Eigentlich nicht. Naomi. Auch sehr pretty. Ja, also rein von optischen finde ich, dass du zu mir passen würdest. Was ist das für racist hier, was? Ich würde dir... Okay, wow. Dir würde auch ein bisschen Kultur gut tun, ja. Sorry. Du bist ja gleich so... Beleidig. Quatsch. Du hast ne harte Vergangenheit gehabt. Echt? Ich hab gegen sehr viele Nazis gekämpft damals in meinem Leben. Mit Schwert? Das war vor einer langen langen Zeit. Im alten feudalen Japan. Ist ja wieder racist. Nur weil ich in Asiat bin, hab ich ein Schwert? Wahrscheinlich noch ein Nidia-Säbel. Nein, das hab ich doch gar nicht. Lisa? Finde ich cute, ja. Sehr cute. Sehe ich auch... Könnte ich mir auch so am Alltag, könnte ich mir auch gut vorstellen, so dieses Ja-Nein-Gelobnis. Genau, und du sagst so, ich bin vielleicht doch nicht so bereit. Ja, schon. Dann drehst du dich zu dem, weiß nicht, den Pfarrer und knutscht mit ihr rum. Ja! Boah, stell ich mir aber geil vor, wenn du Simon so... Ja. Maxi, willst du heiraten? Ja, nein. Ja, nein. Oh, das sieht ein bisschen bad aus. Das sieht bad aus, ja. Ja, auf einmal mit der Jacke und so. Ja. Werden wir in einer Beziehung, wäre safe. Sie dominant halt sich, glaube ich. Ja, ich glaube auch, dass sie dich schlagen würde. Aber auch zu Recht halt. Ja. Ja. Genau. Hab ich's verdient, geschlagen? Du hast es verdient, auch geschlagen zu werden. Auch mit einer Peitsche, richtig. Fühlst du auf? Ja, absolut. Gut. Du stehst auf Gewalt, meinst du? Nee. Natürlich, klar. Klar. Ich steh voll auf Gewalt. Ich liebe Gewalt. Gewalt ist richtig und wichtig. Kuss. Geht raus. Das war sie. Die letzte. Wer hat deiner Meinung nach Who is Hotter in der heutigen Ausgabe gewonnen? Nadine. Eindeutig, liebe Freunde. Und jetzt? Hab ich's nicht gesagt, was die Regel ist? Nee, hast du nicht. Du musst sie anschreiben. Möchte ich nicht. Ich muss dir ja helfen, dass du glücklich wirst. Meins ist ne gute Idee. Es ist ne super gute Idee. Wir machen ganz smooth. Ey, Puppe! Ich werd niemals die Chance haben danach, oder? Ich bezweifle dies. Okay, vielleicht brauch ich ein bisschen Verstärkung. Komm mal rein, wir brauchen deine Hilfe. Ist Tim Jacken gerade auch da? Der soll auch mal rüberkommen. Oh mein Gott! Was passiert hier? Vor allem, wir sehen uns zum ersten Mal und das ist sowas angegangen. Hä? Ich hab dich noch nie gesehen, deswegen... Ach komm, wir klären Maxi. Wir müssen der Nadine eine Botschaft vom Maxi hinterlassen. Aber das muss sitzen, das muss gut funktionieren. Ey, wo bin ich hier? Bist du auch schon reingeslidt, oder was? Ich enthalte mich. Wir haben ihr alle schon geschrieben. Echt? Alle. Ihr müsst so denken, als ob ich es schreiben würde eigentlich, obwohl ihr es schreibt. Sowas mit Uhu. So. Ja, Uhu. Was ist Maxi? Okay. Das ist der... Das ist der... Warte mal, warte mal. Keine Idee. Ey, kannst du ihr nicht einfach irgendwas Portugiesisches senden? So was zum Beispiel? Das heißt einfach nur, ich hab ein Haus und ein Auto. Ja weird, ich bin reich. Ja, dann kann ich nicht. Du musst Hey Uvo schreiben. Hey Uvo. Am Anfang. Ich bin gerade in Deutschland und hab gesehen, dass du auch gerade hier bist. Bitte verlasse diesen Ort. Danke. Ja, genau. Hast du nicht Lust, etwas Sushi essen zu gehen und dann dieser... Me smiley. Ich mag ja nicht mal Sushi. Du magst ja Sushi. Oh Gott. Ne, warte, magst du Sushi? Dann mag ich es auch. Warte, genau. Magst du Sushi? Wenn ja, dann mag ich es auch und lass Sushi essen gehen. Liebe Grüße und jetzt so einen ganz komischen Smiley. Oder mach so einen Zungenraus-Smiley. Den kannst du deuten, wie du willst. Hey, Uvo. Ich bin gerade in Deutschland und habe gesehen, dass du auch gerade hier bist. Magst du Sushi? Wenn ja, dann ich auch. Liebe Grüße. Kann man das senden? Klar. Du hast ja schon abgesendet. Ich hab schon gesendet. Ey, du musst uns jetzt up to date halten, ne? Klar. Ich seh euch da. So, liebe Freunde. Drückt dem Maxi die Augen. Ja, drückt mir die Augen. Drückt auf jeden Fall die Daumen. Ey, weil das Ding ist, wenn ihr wollt, dass es auch klappt, müsst ihr jetzt ein Like auch da lassen. Safe. Dann klappt es. Lass ein Abo auch da. Und slide auch in ihre DMs und sagt, dass sie halt Maxi antworten sollen. Das ist voll nervig bestimmt. Das ist gar nicht so nervig. Das ist super nervig. Mach das auf gar keinen Fall. Spaß macht das. Musik 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 Baby, only a matter of time before you lie.